Was geht ab Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video und heute bestellen wir alle Five Nights at Freddy's Happy Meals um 3 Uhr nach. Ihr habt richtig gehört Freunde, es gibt jetzt wirklich Five Nights at Freddy's Happy Meals und es sind insgesamt 5 Stück. Und das ist viel zu krass, weil wir haben nicht nur ein Freddy Happy Meal, wir haben auch noch ein Chica und Bonnie Happy Meal. Und noch viele weitere Freunde. Aber wo bestellen wir die Happy Meals eigentlich doch, weil die sind ja spezial. Die bestellen wir nicht wie normal in der Liefer-App, sondern wir müssen Freddy höchstpersönlich schreiben. Oh nein, aber wie sollen wir das machen, da brauchen wir seine Nummer. Na wir haben doch seine Nummer aus dem vorletzten Video. Aber da haben wir ihn noch nicht angerufen und ihm auch noch nicht geschrieben. Und jetzt müssen wir ihm einfach das erste Mal schreiben. Aber da sollen wohl richtig krasse Sachen drin sein. Und welche Spielfiguren und wenn man alle davon hat, dann soll Freddy zu einem nach Hause kommen und ein Heim suchen. Und wir kaufen ja alle Happy Meals, also bekommen wir auch alle Figuren oder... Ja, Freunde, gebt deswegen jetzt mal einen fetten Daumen nach oben. Wir brauchen eure Kraft durch die Likes, damit wir wissen, dass ihr es wirklich wollt, dass wir die Happy Meals bestellen. Und bei 10.000 Daumen nach oben esse ich sogar eins davon. Du weißt schon, dass da richtig eklige Sachen drin sind. Ja, aber wenn die Zuschauer das wollen, esse ich eins davon. Okay, Freunde, dann gebt jetzt wirklich alle mal einen fetten Daumen nach oben, damit wir die 10.000 Likes schaffen. Und abonniert kostenlos diesen Kanal für weitere krasse 3 Uhr-Nachts-Videos. Aber mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, let's go! Okay, Freunde, es ist mittlerweile 3 Uhr 2, mitten in der Nacht. Und das bedeutet, jetzt können wir die 5 Nights at Freddy's Happy Meals bestellen. Denn die Nummer geht nur um 3 Uhr nachts und da auch nur für 5 Minuten. Und da wir jetzt schon 3 Uhr 3 haben, nur noch 2 Minuten. Dann beeil dich jetzt, ruf schnell an Doktor. Ja, ich weiß, wir müssen uns richtig beeilen und hier ist auch schon Freddy's Nummer. Dann ruf mir da jetzt direkt mal an, so, let's go und es wählt. Machen wir jetzt direkt mal auf laut und hoffentlich geht er ran, oh mein Gott. Aber wow, ja, er ist rangegangen. Hallo Freddy, bist du da? Natürlich bin ich hier. Ja, wir wollten da eine Happy Meals bestellen. Aber seid ihr sicher, dass ihr das wirklich wollt? Hä, wie, ob wir das wirklich wollen? Natürlich wollen wir das, Freddy. Ich bin da, ich habe dreimal gestellt und die Uhr einmal gestellt. Und ihr wollt ihr euch um Happy Meals? Hä, wo sollen wir die Happy Meals denn abholen, Freddy? Wow, im Elektrikraum, der ist direkt da hinten. Hier, hinter der Tür, oh mein Gott, hier steht es auch schon. Danger Electric. Aber was für eine Krähe und eine Uhr, meint er. Danke für eure Bestellung, jetzt mache ich mich als Kochschicht. Oh, okay, und der hat aufgelegt. Kein Freddy mehr am Apparat und es ist auch 3.05 Uhr, das heißt, jetzt kann man ihn nicht mehr anrufen. Aber was hat er mit dem krämenen Raben und der komischen Uhr gemeint? Ich weiß auch nicht, Vogelmann. Das ist irgendwie komisch, da muss hier ja irgendwo ein Rabe sein, oder nicht? Ja, aber ich sehe hier keinen. Ja, ich sehe auch keinen Rabe, aber warte mal. Du bist doch ein Vogel, oder Vogelmann? Also ein Vogelmensch, kannst du da nicht auch krähen wie ein Rabe? Kräh, kräh. Naja, könnte ich, aber das ist mir peinlich. Ach komm schon, Vogelmann. Wenn du nicht krähst, bekommen wir unsere Happy Meals nicht. Und wir wollen die doch alle haben, oder? Freunde, gib mal einen fetten Daumen nach oben. Okay, aber wenn ich krähen soll, musst du währenddessen grunzen. Wie meinst du das? Wenn du krählst, soll ich wie ein Schweinchen wie Peppa Pig grunzen? Och Mann, das ist doch übel peinlich, Vogelmann. Ja, aber mir ist mein Krähn auch ultra peinlich. Ja, okay, dann grunze ich halt, während du deine Krähgeräusche machst. Dann würde ich sagen, krählst du jetzt gleich dreimal und ich grunze. In drei, zwei, eins. Okay, fertig. Das heißt, jetzt sollten wir eigentlich die Tür öffnen können und dahinter sind die Happy Meals, oder? Ja, aber sie geht irgendwie nicht auf der Glockenschlag. Ach stimmt. Es fehlt ja noch der Glockenschlag, oh mein Gott, da war er. Und wie gruselig hat er sich mit angehört, Freunde. Eins ist nicht gruselig und zehn ist mega gruselig. Ja, schreibt es mal in die Kommentare. Und oh mein Gott, die Tür geht auf, oder? Sie ist offen. Ja. Und schaut mal hier unten, Freunde. Wow, da steht eine ganze Tüte voller Happy Meals. Insgesamt sollten es fünf Stück sein und wow, die sind auch mega schwer. Und die hat Freddy gerade für uns gekocht, aber wartet mal. Wer hat die Happy Meals überhaupt hier hingebracht? Weil vorher waren die ja noch nicht hier. Wow, ist das komisch, dann lasst uns lieber schnell von hier verschwinden. Und wir sind hier an unserem Auspacktisch angekommen. Lasst uns die Tüte direkt mal hier hinstellen und schauen, was für Happy Meals hier drin sind. Ich vermute ja mal alle Charaktere von Five Nights at Freddy's. Aber gut, holen wir es mal raus. Und was haben wir hier? Einmal Chica, dieses Küken. Und einmal Freddy.exe. Stellen wir die direkt mal hier hin, aber hier ist noch mehr drin. Hier haben wir nämlich noch ein normales Freddy Happy Meal. Und ein Bonnie Happy Meal von dem Häschen. Bonnie, Bonnie. Bonnie ist einfach so ein kleines Häschen. Aber gut, schauen wir hier rein. Hier ist nämlich noch eins drin. Nämlich ein Geist Freddy Happy Meal. Wow. Der sieht ja mal mega krass aus und ist einfach fast durchsichtig. Aber gut, dann lass uns den auch mal hier zu den anderen stellen. Das Ding ist, mit welchem Happy Meal sollen wir anfangen? Mit dem Geister Freddy Happy Meal? Dem normalen Freddy Happy Meal. Bonnie, Chica oder Freddy.exe. Welches würdest du nehmen, Vogelmann? Also das Geister Freddy Happy Meal ist mir bisher noch viel zu groß. Stimmt, hast du recht nicht, dass da dein Geist rauskommt? Ein Freddy Geist? Wow, Freunde. Wenn ihr jetzt aber auch einen Vorschlag habt, welches Happy Meal wir zuerst öffnen sollen, dann schreibt es jetzt mal in die Kommentare. Dafür habt ihr genau 10 Sekunden Zeit. Ja, und ich wäre für das Chica Happy Meal. Wow, das Chica Happy Meal? Ja, da ist es so ultra süß. Oh, ist da jemand verliebt? Vogelmann steht auf Chica, Freunde. Aber was sagt Vogelfrau denn dazu? Bitte verratet ihr das nicht, Freunde. Okay, okay, ich bin ganz leise. Aber gut, eure 10 Sekunden sind auch schon fast rum. Genau jetzt und jetzt schauen wir mal, was ihr in die Kommentare geschrieben habt. Okay, hier ist eins von Freddy normal, hier Chica. Aber am meisten ist irgendwie das normale Freddy Happy Meal. Also das hier, oh mein Gott, dann fangen wir damit jetzt mal an. Aber ich würde sagen, danach machen wir dann direkt dieses Geister Freddy Happy Meal auf. Weil ich bin wirklich gespannt, ob da dann so ein Freddy Geist rauskommt und uns heimsucht. Aber gut, dann lasst uns jetzt direkt mal mit diesem normalen Freddy Happy Meal starten. Hier unten steht es auch schon. Okay, dann öffnen wir direkt mal die Laschen hier. Machen wir das Ganze direkt mal hier oben auf. Und wow, was ist das denn? Schaut mal, hier drin ist irgend so eine Spielfigur von Freddy. Und da hängen auch irgendwelche Bällchen dran. Wow, was ist das denn? Aber egal. Hier hinten auf seinem Rücken ist nämlich irgendwie ein Knopf. Lasst uns den jetzt direkt mal drücken. In 3, 2, 1 und let's go. Und wow, schaut mal, das blinkt irgendwie. Wie so eine Disco, Freunde. Aber wartet mal. Wow, er hat sein Bein verloren. Jetzt hat die Freddy-Figur einfach nur noch ein Bein und das andere habe ich hier in der Hand. Schief mal her, Doktor, vielleicht kann man das essen. Wie, vielleicht kann man das essen? Auf keinen Fall. Also riechen tut es super, mega lecker. Wie, das hier Essen ist einfach ein Bein von Freddy, der Spielfigur. Aber gut, irgendwie habe ich schon Lust, das zu essen. Aber du hast recht. Oh, es riecht mega gut. Dann lasst uns das Ganze mal probieren. In 3, 2, 1. Warte mal, was war das? Hat dieses Happy Meal nicht gerade Geräusche gemacht? Das war das Freddy.exe Happy Meal. Wow, da hat doch jemand Aua gesagt, oder nicht? Lass uns mal nochmal auf diesen Fuß beißen. In 3, 2, 1. Aua. Und schon wieder. Vielleicht ist ja noch eine Freddy-Spielfigur drin, nur von Freddy.exe. Und die sind alle miteinander verbunden. Oder hier ist der echte Freddy drin. Aber gut, das hier öffnen wir erst nachher. Das ist viel zu krass. Jetzt machen wir erstmal mit dem normalen Happy Meal weiter. Hier sind nämlich auch noch zwei Sachen drin. Einmal eine Mayo, die ist relativ uninteressant. Aber hier ist noch was krasseres drin. Und das ist ein Burger. Lass uns da direkt mal reinschauen. Die sind ja immer mega krass. So machen wir hier mal auf. Und von außen sieht der relativ normal aus. Ja, Freunde, aber schauen wir mal nach drin. Wir wissen ja, in den Burgern ist immer irgendwas drin. Und hier drin ist... Wow, igitt, igitt. Was ist das denn? Lass uns mal mit dem Finger drüber gehen. So, hier einmal rein. Und ja, schaut mal, Freunde. Den können wir auf keinen Fall mehr essen. Naja, bei 10.000 Likes musst du den Burger essen, Doktor. Auf keinen Fall, aber warte mal. Du hast doch gesagt, dass du bei 10.000 Likes ein Happy Meal essen wirst. Echt, habe ich das gesagt? Ja, ja, ja. So rum und nicht anders. Aber leider haben wir die 10.000 Likes noch nicht erreicht. Deswegen gebt jetzt alle einen fetten Daumen nach oben, damit wir sie voll kriegen, Freunde. Aber das war es auch schon mit diesem normalen Freddy Happy Meal. Hier ist nichts mehr drin. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit einem der vier Happy Meals, die wir hier noch übrig haben. Und irgendwie sehen hier alle krasser aus als das, was wir gerade aufgemacht haben. Wir haben nämlich noch ein Bonnie Happy Meal, ein Geist Freddy Happy Meal. Ein Freddy.exe Happy Meal, was gerade schon gesprochen hat. Und noch ein Chica Happy Meal. Das Hübscheste von allen. Ja, ja, Vogelmann, ich weiß, du findest sie süß. Und deswegen machen wir sie jetzt auch direkt als nächstes, oder? Ja, ich liebe Chica. Lass uns ihr Happy Meal öffnen. Ist gut, ist gut, Vogelmann. Wir öffnen es ja jetzt direkt schon. Okay, hier oben wieder aufmachen. Und wir schauen direkt mal, was drin ist. Und wow. Hier drin ist einfach wieder eine Mayo nutzlos. Und irgendwie so ein Plastiktütchen und hier unten ist was drin. Lass es uns mal hier vorne ausschütten, aber irgendwie kommt mir das bekannt vor, oder, Vogelmann? Das sind doch solche Verwandlungsbohnen. Stimmt, da hast du recht. Die sehen aus wie die Zauberbohnen. Aber die nehmen wir jetzt lieber nicht, weil sonst verwandle ich mich wieder in so ein Schweinchen wie letztes Mal. Und singen wieder irgendwelche Songs aus der Bohne. Aber gut, hier ist auch noch was anderes drin. Eine letzte Sache in diesem Chica Happy Meal. Und das ist ein weiterer Burger. Vor allem, ihr Hamburger schreibt es jetzt direkt mal in die Kommentare. Aber gut, wir öffnen den direkt mal. Der wurde ja höchstpersönlich von Freddy den Bär gebacken. Aber wartet mal, was ist das denn? Und wow, schaut mal hier unter den Burgers. Einfach eine Chica-Spielfigur. Und die hat hier hinten auch so einen Knopf. Lass uns mal schauen, ob der auch leuchtet. Oh mein Gott, ja. Aber gut, wir müssen ja sammeln. Und jetzt haben wir schon eine Chica und eine Freddy-Spielfigur. Und wenn wir alle haben, dann soll Freddy uns ja irgendwie besuchen kommen und heimsuchen. Und das war's auch schon wieder mit deinem Chica Happy Meal. Also kein Liebesbrief für dich hier drin, Vogelmann. Ich kann sie ja nachher, wenn sie hier ist, nach einem Date fragen. Ja, da hast du recht. Wenn sie mit dir überhaupt ein Date will. Ich hoffe mal, weil ich bin so krass, wenn sie verliebt. Ja, okay, du bist Vogelmann. Eigentlich bist du so cool, dass jeder dich daten will. Aber gut, wir haben hier jetzt ja noch drei Happy Meals. Und die müssen wir jetzt noch öffnen, weil wir müssen ja die anderen Spielfiguren suchen. Und alle drei sehen so krass aus. Aber wir haben ja gesagt, das hier machen wir ganz am Ende. Weil hier sind ja auch so Warnzeichen und so drauf. Das heißt, wir müssen uns jetzt zwischen den zwei hier entscheiden. Aber irgendwie sieht das hier krasser aus. Das Geist, der Freddy Happy Meal. Vielleicht kommt da gleich ein Geist raus. Dann würde ich sagen, öffnen wir das Ganze in 3, 2, 1. Hoffentlich kommt da kein Freddy-Geist raus. Und let's go. Und wow. Schaut mal, Freunde. Da kommt irgendwie voll viel Nebel aus dem Happy Meal raus. Man kann da gar nicht reinschauen. Aber vielleicht ist das hier der Geist, Freunde. Oh nein. Naja, jetzt ist er ja schon weg. Er ist in der Luft verflogen. Und jetzt sehen wir auch, was hier genau drin ist. Oh mein Gott, irgendwie so ein Getränk. Lass uns das hier mal rausholen. So, das ist das Erste. Und irgendwie noch so eine eklige Pommes mit irgendwas drauf. Mit so Spinnenweben. Und wartet mal. Schaut mal, hier hängt auch einfach ein Fuß dran. Lass uns den mal wegmachen. Und hier in dem Pommes ist noch ein Fuß. Und mein Gott, holen wir den auch direkt mal raus. Dann haben wir jetzt zwei Füße. Damit kann er schon mal laufen. Aber irgendwie fehlt ihm noch der Körper. Aber hier war nichts mehr drin außer diesem Getränk. Dann würde ich sagen, schauen wir direkt mal, ob hier noch irgendwas drin ist. So, wir öffnen das hier oben direkt mal. Deckel weg. Und wow. Schaut mal, hier drin ist wirklich Freddy. Der nimmt hier irgendwie so ein Bart in diesem Getränk. Holen wir ihn mal raus. Und wow, der tropft noch übel. Denn sein ganzer Bauch ist voller Wasser, Freunde. Aber naja, jetzt haben wir auf jeden Fall die ganze Figur mit Bauch und Füßen. Legen wir die mal zu unseren anderen zwei Figuren dazu. So hier hin. Aber warte mal, Vogelmann. Was machst du da? Ich trinke das Getränk aus dem Happy Meal, Doktor. Aber wir durften die Happy Meals doch noch gar nicht essen. Wir haben die 10.000 Likes doch noch nicht erreicht. Ich habe ja nichts gegessen, sondern getrunken. Ach, stimmt. Ja, aber gut. Ich habe auch irgendwie Lust, dieses Happy Meal zu essen. Deswegen gebt jetzt alle mal einen fetten Daumen nach oben, damit wir die 10.000 Likes voll machen. Und das müsst ihr jetzt schnell machen, weil wir haben nur noch zwei Happy Meals übrig. Einmal das Bonnie Happy Meal. Und einmal das Freddy.exe Happy Meal. Lass uns mal schütteln, weil wenn da jemand drin ist, müsste das ihm ja wehtun. Auf, 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 auf. Mein Gott, ja. Aber gut, das machen wir erst ganz am Ende auf. Dann machen wir jetzt mal mit dem Bonnie Happy Meal weiter. Und das ist auch irgendwie mega schwer. Okay, schauen wir direkt mal rein. Hier laschen auf und wow, was ist das denn? Schaut mal hier rein, Freunde. Da ist irgendwie so ganz viel so pinkes Zeug drin. Oder lila Zeug, ganz komisch. Aber gut, holen wir mal die Pommes raus. Weil die lag hier ganz oben drauf. Und da ist auch irgendwie dieses komische Zeug drauf. Und es fühlt sich irgendwie ganz glibberbibberig an. Aber wow, irgendwie auch cool. Das sieht übel lecker aus. Ja, stimmt. Da könntest du eigentlich recht haben. Dann lass uns direkt mal was davon probieren. So, hier. Nee, das schmeckt überhaupt nicht gut. Okay, das willst du lieber nicht essen, Vogelmann. Also, ich finde, es sieht lecker schmecker aus. Aber es war nicht lecker, Vogelmann. Aber naja, hier drin ist ja noch was. Und da liegt auch noch ganz viel von dem Zeug drauf. Irgendwie ein Salat oder so. So sieht es aus. Holen wir ihn direkt mal raus. So, hier rausnehmen und hier hinstellen. Und sonst ist hier nichts mehr drin, außer eine Gabel. Das heißt, in dem Salat muss eine Spielfigur drin sein. Dann machen wir es direkt mal auf. Und wow. Ja, hier drin ist die Spielfigur. Aber irgendwie in ihre Einzelteile zerlegt. Hier ist ein Kopf, hier ist ein Körper. Dann lass uns die jetzt direkt mal zusammenbauen. Und so, hier unten ein Fuß dran. Hier noch ein Fuß. Hand Nummer 1. Hand Nummer 2. Und der Kopf, so, der muss noch hier oben drauf. Und jetzt haben wir eine ganze Spielfigur. Und die kommt jetzt zu unseren drei anderen Spielfiguren dazu. Aber ihr wisst, was das heißt. Jetzt kommen wir zum letzten Happy Meal. Freddy Punkt X Happy Meal. Und hier sind auch überall diese Warnzeichen drauf. Eigentlich sollten wir das nicht öffnen, aber wir machen das Ganze. Weil wir sind die Dr. Light Crew und zusammen sind wir stark. Gut, dann schauen wir jetzt hier direkt mal rein. Hier aufmachen und wow. Hier ist irgendwie ein Päckchen drin. Das sieht aus wie Nuggets, oder Freunde? Dann lass uns die jetzt direkt mal hier rausholen. So hier vorne hinschütten. Und die sind auch irgendwie blau, wie komisch. Aber gut, wir haben ja gesagt, wir essen auf jeden Fall eine Sache aus dem Happy Meal. Deswegen würde ich sagen, esse ich dieses Nugget direkt mal in 3, 2, 1 und let's go. Boah, hier ist was drin, Freunde. Wartet mal. Wow. Irgendwie ein Mikrofon oder so. Aber warum brauchen wir so ein Miniatur-Mikrofon? Hallo, hallo. Hört man mich? Irgendwie funktioniert das nicht. Aber naja, hier ist noch was drin. Hier ist nämlich die letzte Figur. Die Freddy.exe-Figur. Und die hat irgendwie einen Apfel in der Hand. Warum das denn? Schaut mal, das sieht so aus, als ob sie den Apfel essen würde. Wie witzig. Aber hier hat sie auch noch eine Hand. Vielleicht müssen wir das Mikrofon ja in seine Hand geben. Und oh mein Gott, ja. Jetzt hat Freddy.exe einfach ein Mikrofon in seiner Hand. Ja, ich hab ein Mikrofon. Und jetzt, Doktor. Wie, du kannst sprechen? Nicht nur ich, Doktor. Wir alle. Was passiert hier denn? Ich bin jetzt ausgeboren. Was passiert hier denn? Outro